hallo und herzlich willkommen zu spada breaks heute geht es um die 66 88 aus dem jahr 1985 mit 62 teilen zwei figuren und wir haben hier einen kleinen netten feuerwehrwagen ich fange gleich mit der anleitung an weil die ist nicht existent da gibt es nur ausdrucke ja von mir deswegen nichts besonderes kann nichts zum zustand sagen weg damit set ist wahrscheinlich interessanter wir haben ein feuerwehrwagen und die beiden minifiguren die beiden minifiguren zeige ich euch mal gleich direkt denn da passiert nicht viel bei der einen minifigur nicht mal ein torso print ja komplett blauer torso einfach gehalten der andere der sanitäter sozusagen der hat ein bisschen was drauf ein rotes kreuz angedeutete jacke braune frisur die andere person hat lange schwarze haare ja die andere minifigur die sozusagen verletzte person dann haben wir als access war dabei habe ich euch ja auch schon mal gezeigt diese wunderschöne trage die liege sozusagen wieder transportiert wirklich und haben wir diese räder die wir ausfahren können damit ist das quasi genau hoch dass es rein passen könnte aber wie bei dem anderen sanitätswagen was ich euch gezeigt habe auch hier muss wieder hart angehoben werden damit der patient die patientin in den wagen kann was haben wir cooles drauf erstmal wir haben hier keine aufkleber das ist schon mal sehr sehr positiv sind alles drucke hier auch auf dem großen seitenteil auf beiden seiten ein rotes kreuz drauf wir haben hier oben ein rotes kreuz drauf ansonsten ist nicht viel passiert nicht viel ja wir haben hier hinten quasi die einlademöglichkeit für die verletzte person wir haben hier die rücklichter auch einfach so drauf gesetzt auf die heckklappe wir haben hier oben die klappe die sich öffnet oben die lichter und wir haben hier türen die aufgehen die normalen türen was ziemlich cool ist hier vorne ist ein brick auch mit dem roten kreuz also diese wenn man so ein roten kreuz nachbauen will und ja man hat jetzt nicht so lust auf aufkleber sind hier zumindest eine menge rote kreuz print prinz dabei die man nutzen kann bei den rädern vielleicht noch interessant das sind die alten die haben die metallen stangen noch drunter das heißt früher konnte man nicht die räder einfach drauf setzen sondern das mittelteil mit den rädern war fest und eigentlich nur die felgen konnte man die 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 reifen konnte man haben die felgen waren halt fest verbaut mit der achse das waren früher noch so die älteren räder ja mehr kann ich glaube ich gar nicht zu sagen weil das ein kleines aber feines set ist optisch ganz schick erfüllt seinen zweck der arzt gefällt mir sehr gut die trage finde ich auch immer super dazu ja und mehr kann ich dazu nicht sagen ich hoffe das hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten mal bis dahin tschüss bis bis bis